Hallo und herzlich willkommen zu Lukas Koffein. Heute ist Valentinstag und heute hat der Peer Geburtstag. Wir haben heute eine Überraschung von Peer. Wir haben jetzt Indra Pizza gemacht. Heute gibt es leider keinen Koch und heute keine Spacke. Also heute hat der Peer Geburtstag. Wir gehen gleich nach Bowling in Falkes See. Da waren wir schon einmal 2012. Oder einmal 2013. Und da waren wir schon. Und ähm, ja, das, äh, ja, das wird ja, also gehen wir machen jetzt als im Auto von mir bei Lukas & Family. Also beim Wahlendienstag. Und ähm, für das Peer Geburtstag. Also, ja. Und ähm, ja, und ähm, ja. Und ähm, ja. Ähm, dann fahren wir jetzt gleich los. Dann, also, dann lieb verabschieden uns jetzt bei Lukas Kochwelt. Hoffe, dass es wieder gefallen hat. Gib's Daumen nach oben. Und abonniere meinen Kanal. Es ist immer kostenlos. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Mal schauen, wieder. Erst zum nächsten Mal. Und ähm, ja, das hier. Mal schauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die Ide